Spürst du das auch? Da ist jemand. Es wird euch gefallen, da bin ich mir ganz sicher. Dieses Auge des Elfes. Was? Na, das Haus. Wie angenehm überrascht man ist, wenn man sieht, wie prächtig dieses Schloss in Wirklichkeit ist. Ja. Und wer hat nicht schon immer davon geträumt, in einem Schloss zu wohnen? Hat es hier mal gespukt? Nein, nein, natürlich nicht. Was für eine Frage. Kinder und ihre Fantasien. Es ist so, als würde das Haus uns rufen. Ist da jemand? Stellt euch vor, all die toten Menschen hinter dem Haus. Unten im Keller ist irgendwas. Mach nicht die Tür auf. Sie sind da. Der Fakir. Eine etwas gruselige Komödie für die ganze Familie. Nach Bjarne Reuters fantastischem Roman Ein Fakir für alle Fälle. Komm her! Mit Moritz Bleibtreu und Kletterida Julius Sangenberg in den Haupttreu. Lass mich raus! Emma! Guten Abend, Tom. Sie sind gefährlich, Tom, und Sie wissen, wo der Kulun ist. Der wertvollste Diamant der Welt. Du glaubst, der ist bei uns im Keller? Tom! Hast du Angst gekriegt? Quatsch, du kennst wohl nicht den Unterschied zwischen Angst und Überraschung. Das ist was ganz anderes. Der Fakir. Demnächst im Kino. Der Fakir. 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 Vielen Dank.